Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Heute starte ich mit der neuen Reihe Energetisches Wörterbuch. Was das ist? Bleib dran und finde es raus. Was ist eigentlich Mediale Energetik? Das ist so der Begriff, den ich bei meinem ersten Beitrag zum Thema Energetisches Wörterbuch besprechen möchte. Was ist jetzt ein Energetisches Wörterbuch? Ich beobachte, dass irrsinnig viele von meinen Klienten kommen und sagen, ja, sie haben schon mal energetisch gearbeitet und da wurde irgendwas mit irgendeinem Chakra gemacht und sie glauben, es war mit der Erdung, aber sie sind sich nicht mehr so sicher. Und das finde ich schade, denn ich bin der Meinung, auch wenn man mit etwas, was man nicht auf den ersten Blick sieht oder was wir mit unseren konventionellen Sinnen nicht sehen, wie eben die energetische Ebene arbeitet, gerade dann sollte man es genauer beschreiben und umschreiben können und auch mehr für die Klienten nahe legen. Und da muss ich ehrlich gestehen, sehe ich einen großen Nachholbedarf, auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen. Aber eins nach den anderen. Wir beginnen also heute mit dem Begriff, was ist überhaupt mediale Energetik? Und da gibt es mehrere Abstufungen und auch mehrere Dinge, die ich mit dir besprechen möchte. Punkt eins ist, wenn du zu mir kommst, also zu mir in die Praxis, brauchst du kein Glaubenssystem. Mir ist es teilweise sogar lieber, du glaubst dann gar nichts, was ich da mache oder was ich da tue und lässt die Arbeit einfach für dich sprechen. Das heißt, ich brauche keine gläubigen Klienten, die da an das Energiefeld glauben. Also um zum Energetiker zu gehen, brauchst du kein Glaubenssystem. Du musst kein bekennender oder keine bekennende Esoterikerin sein oder sonst etwas. Denn ich sehe ehrlich gesagt meine Arbeit wie eine ganz klare Dienstleistung, Arbeitszeit gegen einen gewissen Tarif und da arbeite ich halt nicht wie ein Installateur jetzt an irgendwelchen Leitungen, sondern an deinem Energiefeld. Aber du musst da gar nicht daran glauben. Das führt mich gleich einmal zum nächsten Punkt. Natürlich habe ich eine gewisse Art, die Welt zu sehen. Und diese Art, die Welt wahrzunehmen und zu sehen, unterscheidet sich vielleicht von der landläufigen Meinung, die Welt wahrzunehmen oder zu sehen. Aber noch einmal, ich bin kein Prophet und ich bin auch niemand, der dich missionieren will, weil ich sage, schau die Welt so wie ich an, denn das wäre so toll. Das ist ja Quatsch. Ich betrachte einfach dein Wesen aus einem anderen Blickwinkel, als es sonst betrachtet wird. Und das ist eben so mein Zugang. Wie schaue ich es mir an? Ich schaue es mir eben über diese energetische Ebene an. Und da komme ich dann auch schon einmal gleich weiter zu dem Begriff mediale Energetik. Was heißt medial? Vielleicht kennst du es ja aus dem Fernsehen, das Medium, das mit dem Toten spricht. Also ganz so dramatisch ist es bei mir nicht, sondern es geht einfach nur einmal um den ursprünglichen Sinn des Begriffs, nämlich Medium, vermitteln. Das heißt, ich vermittle etwas. Ich sehe mich selber als Vermittler. grundsätzlich zwischen deinem konkreten, sichtbaren Leben, also das, was du vom Verstand her wahrnehmen kannst. Und da gehört alles dazu. Deine Beziehungen, deine Gesundheit, dein Kontostand, alles, was messbar, was klar ist. Das ist so die äußere Welt, also nicht die energetische Welt. Die energetische Welt ist die unsichtbare Welt, ist also das, was wir in uns spüren oder fühlen. Das, was wir an Gedanken vielleicht haben. Und das ist die Ebene, die mich interessiert. Also ich vermittle zwischen dieser sichtbaren, äußeren Ebene und der energetischen, unsichtbaren Ebene. Also das ist so die Unterscheidung. Und ich sehe mich da als medialer Energetiker in der Mitte. Ich vermittle also zwischen dem unsichtbaren und dem sichtbaren. Das ist jetzt gar kein Hokus-Pokus, sondern das ist einfach mal so meine Art, wie gesagt, wie ich diese Welt wahrnehme. Ja und die Energetik beschreibt ja das dann schon. Das ist halt so die Bezeichnung vom Gewerbeschein auch in Österreich. Das umfasst heute eine Menge, eine Menge Methoden. Also von Bachblüten über Düften, Klänge bis hin eben zur Interpretation der Aura. Und da bin ich dann hauptsächlich beheimatet. Das heißt, ich arbeite anhand der Aura-Interpretation. Und das ist eben so ein Punkt, wie ich die Welt wahrnehme. Das heißt, ich habe für mich entschieden und beschlossen, dass es einen unsichtbaren Kern gibt. Und dass es ein unsichtbares Wesen gibt, das jeder in sich trägt. Und da spielt es dann gar keine Rolle, wie du das nennst, ob du das Lebensenergie nennst, Seele nennst, das spielt eigentlich so für mich gar keine Rolle. Sondern ich sehe es halt einfach mal als eine Quelle, die sich in jedem manifestiert. Und anhand eben der Interpretation dieses energetischen Feldes, dieser Aura, kann ich eben dann feststellen, wo es da jetzt Themen gibt, die man eventuell bearbeiten könnte. Das heißt, neben dem, dass ich sage, okay, ich bin medialer Energetiker und vermittle da die Berufsbezeichnung, ist die mediale Energetik auch noch ein Arbeitssystem, das ich so kombiniert habe. Das heißt, ich habe mir verschiedenste Techniken angeschaut, energetische Techniken, das heißt, Techniken, mit denen man auf dieser unsichtbaren Ebene arbeiten kann und habe diese zu einem System kombiniert, dass jeder klar dieses Energiefeld einteilen kann. Und ich bin so überzeugt von diesem System, dass ich da auch Kurse gebe und das auch unterrichte und schon sehr, sehr viele sehr zufriedene Kursteilnehmer habe und natürlich auch Klienten habe, die immer nur so Einzelsitzungen dann in Anspruch nehmen. Also du kannst bei mir quasi eine Einzelsitzung buchen oder ein Seminar buchen, wo du selber so ein bisschen so diese Sinne trainierst, dass du die Welt in einem anderen Winkel sehen kannst. Aber noch einmal, es ist dann kein Glaubenssystem geknüpft und für mich ist es auch wichtig, dass ich bei der Arbeit einfach dann den Effekt sehe beim Klienten. Das heißt, es muss dir letzten Endes besser gehen oder es sollte dir besser gehen, damit ich sagen kann, okay, ich bin jetzt zufrieden mit dieser Arbeit, die ich da mache. Denn letzten Endes und das sage ich jetzt nur dir, schaue ich ja auch ins Unsichtbare. Das heißt, durch das, dass ich mich da jetzt nicht festmachen kann und diskutieren kann mit jemandem, muss ich schauen, passt die Arbeit, die ich da bereitstelle. Und das ist mir sehr wichtig, das lasse ich auch überprüfen. Und da bin ich selber sicher mein größter Kritiker. Dass ich quasi klar vermitteln kann, gute Informationen meinen Klienten mitgeben kann und auch positive Veränderungen im Leben meiner Klienten bewirken kann. Und das ist eben das Arbeitssystem. Da lernt man also Techniken, wie man sich in diesem Unsichtbaren orientiert. Denn wie ich schon sage, es ist unsichtbar, man kann es nicht sehen und man kann das eigentlich so auch schwer wohl lernen. Und das meiste ist eben, man muss da die eigenen Sinne ein bisschen mehr trainieren. Vielleicht hast du das schon mal gehört, so das dritte Auge öffnen oder hell sehen. Also das heißt ja einfach nur, dass man mit auf eine andere Art und Weise sich das Leben anschaut und das trainiere ich eigentlich dann in meinen Kursen und trainiere ich natürlich bei mir selber auch immer wieder weiter, dass da, also man bleibt ja nicht stehen. Das heißt, man entwickelt sich immer weiter und lernt auch immer wieder selber neue Dinge dazu, was ich auch sehr wichtig finde, weil ich persönlich der Meinung bin, dass das Leben nicht stehen bleibt. Also ist jetzt einmal die Bezeichnung mediale Energetik klar, also als meine Berufs- und Tätigkeitsbezeichnung. Das nächste ist dann eben die mediale Energetik als Arbeitssystem und jetzt kommen wir zum dritten Punkt und da geht es um die mediale Energetik als Qualitätsmerkmal. Ich habe mir diesen Begriff schützen lassen und auch meine Ausbildung da einfach schützen lassen, weil es mir wichtig ist, einfach mal auch ein Qualitätszeichen zu setzen und das war lange vor dem Qualitätssicherungsprogramm der Wirtschaftskammer, was ich auch gut finde mit diesen Siegeln, also Bronze, Silber, Gold Siegel. Das finde ich eine fantastische Maßnahme und auch lange überfällige Maßnahme rein jetzt von der Seite der Wirtschaftskammer her. Also wenn du das nicht kennst, ich werde es mal unten verlinken, so dieses Qualitätssicherungsprogramm der Energetik. Ich wollte eben so ein Qualitätssiegel auch machen, dass jemand, der sagt, er arbeitet mit der medialen Energetik dass man weiß, okay, der hat das so bei mir gelernt und der hat die Ausbildung gemacht und die Ausbildung dauert gute 200 Stunden und der hat sich intensiv mit dieser Materie beschäftigt. Das ist mir besonders wichtig, weil es einfach einen Standard setzt, weil ich einen gewissen Standard erwarte, bei mir im Kurs und auch wenn das etwas Außergewöhnliches ist, das heißt, die Welt zu betrachten, wie sich kein anderer betrachtet, möchte ich doch, dass die Erfolge möglichst konkret messbar sind und nachvollziehbar sind. Also auch wenn etwas unsichtbar ist, es ist kein blinder Glauben, es ist kein blindes Vertrauen nötig, sondern es zählt einzig nur die Qualität deiner Sitzung und wie du dich dann danach fühlst. Also das sind so die Punkte der medialen Energetik. Das ist das, was ich mache und hinter dem stehe ich auch und ich bin jetzt seit fast 20 Jahren selbstständig, beschäftige mich seit über 25 Jahren mit der Materie, bin immer noch fasziniert vom menschlichen Energiefeld, vom Leben in all seinen Ausdrucksformen und freue mich natürlich auch, wenn du das mal in Anspruch nimmst, nochmal, kein Glaubenssystem, es ist ein Arbeitssystem. Es arbeitet mit dem Energiefeld, mit der Aura, das werde ich dann beim nächsten Video gleich mal erläutern vom Wörterbuch, vom Energetischen, was ich jetzt unter Energiefeld und Chakren verstehe und es soll einfach eine Hilfestellung sein für die Klienten und natürlich auch für dich selbst, dass du gut bei dir bleibst, gut in deiner Mitte bleibst, klar bleibst, gerade in diesen verrückten Zeiten, die wir da jetzt durchleben auch. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder bei einer Sitzung oder du schaust dir auch nochmal ein paar Videos an wie mediale Energetik, wie ich arbeite, du findest ja genug hier auf dem Kanal, ich verlinke auch gleich nochmal was drunter, wo ich so am Energiefeld arbeite. Wenn dir das Video gefällt, dann bitte, bitte abonniere den Kanal, gib einen Daumen hoch, schreibe einen Kommentar und wenn du Begriffe hast, die dich interessieren aus der Welt der Energetik, aus der feinstofflichen Welt, dann schreib sie unten in die Kommentare und ich werde das total gern einfach mal aufbereiten für dich. Bis nächstes Mal, RNI bringt Energie.